Think I can fly Think I can fly Ich habe etwas mehr Zeit oder so und kann versuchen mein Bestes zu geben, meine Bearbeitungskünste sind vielleicht dann noch nicht so perfekt wie es andere wünschen oder sonstiges, doch schreibt mir Verbesserungsvorschläge einfach unten in die Videobeschreibung, würde mich sehr freuen, so werde ich jetzt während des Spielens etwas mehr auf meinen Channel eingehen, zuallererst was für Content wird auf meine Channel vorhanden sein, dazu kann ich nur ein was sagen, Let's Plays, News zu verschiedenen Spielen, ich werde neue Spiele für euch antesten und sowie Fragen und Tipps in Videos erklären bzw. genauer darauf eingehen. In welcher Reihenfolge das jetzt alles passiert, kann ich euch leider nicht sagen, das werde ich dann je nachdem erfahren bzw. sehe ich das dann selber, was gerade mehr erwünscht ist oder sonstiges und wie ihr sehen könnt, fange ich jetzt mit Fortnite an, ich bin jetzt nicht der beste Spieler oder so, aber ich bin auch kein NoSkin, der jetzt erst angefangen hat. This kid is definitely on crack right now. Ich spiele seit Season 3, wann genau weiß ich gar nicht, ich glaube ich habe echt spät angefangen in der Season 3 und hoffe, dass ich vielleicht etwas reißen kann und falls ihr noch Spiele habt, die vielleicht passen könnten gerade zu YouTube oder sonstiges, schreibt es einfach unten in die Videobeschreibung rein oder macht Werbung, würde mich echt sehr freuen. So, fangen wir einfach mal an, springen wir einfach mal Shifty Shifts auf, ist so ziemlich mein Lieblingsort schon seit mehreren Monaten, warum weiß ich nicht, ich meine immer wenn ich da bin, habe ich echt mega nice einen Hut, ne. Ich gehe da meistens mit guten Waffen raus und keine Ahnung, könnte jetzt auch Tilted in der nächsten Runde abspringen oder so, ah ich würde sagen, diese Runde würde dann bei mir noch nicht so gut laufen. So, warum keine Videos gekommen sind oder warum ich mich nicht so sehr bemüht habe, lag einfach daran, weil ich keine Zeit hatte und mir einfach die Lust gefehlt hatte, überhaupt Videos zu machen. Somit habe ich mir gedacht, ja, mache ich jetzt wieder welche, ich meine ich habe ja noch mein Screen Recorder Programm, was ich mir gekauft habe, lebenslang, das dürfte Action sein, dürfte die meisten von euch kennen, benutze sehr viele. Und wir haben gleich zu Anfang einen Raketenwerfer, das ist schon mal echt smagsy. Und ich denke, wir können direkt nur schon was reißen mit einem Raketenwerfer. Ob wir genau was reißen können, weiß ich nicht. Ich spiele gerade mal mit dem Screen Recorder auf 70-80 FPS. Was jetzt nicht gerade eine Meisterleistung ist, obwohl ich normalerweise über 100 habe, auf guten Einstellungen. Und naja, einfach abwarten. So, also jedenfalls schreibt mir dann zum Schluss echt ein Video, was in die Videobeschreibung rein, worüber oder was ich besser machen könnte. Oder, wenn euch etwas stören sollte. Ein genaueres Logo werde ich dann auch demnächst noch verkünden. Bin ich schon am Arbeiten daran. Und, ja. Und so wie es aussieht, ist einfach niemand hier gelandet. Also ich meine, das legt mich jetzt schon auf. Und, ja. Was haben wir denn hier vor? Na, wir haben eine Armpust hier. Ah, die will ich nicht mitnehmen. Will ich ganz ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Und, Armpust ist zwar gut und schön, dass sie wiedergekommen ist. Aber ich meine, viele sagen jetzt auch, ich bin dumm, weil ich eine Jagdgewehr liegen lasse für einen Repetier-Sniper. Aber ich kann damit einfach besser umgehen. Ich meine, das ist eigentlich schon ein sehr guter Loot. Obwohl, ich muss sagen, Shifty wird in letzter Zeit viel zu wenig genutzt. Obwohl ich sagen muss, dass der Loot hier einfach viel besser geworden ist. Ach, ich war hier schon... Sorry, no sorry. Und mal schauen. Das ist jetzt erst meine dritte Runde heute. Und... Hab in meiner zweiten epischen Sieg holt mit sieben Kills. Ich glaube, das werden wir jetzt hier nicht schaffen, weil wir hier keine Gegner gelandet sind. Was gerade schon richtig traurig ist. Wir haben ja auch eine taktische Schotflinte. Nehme ich auch normalerweise mit, aber nicht für eine Blaupam. Für alles andere aber nicht für eine Blaupam. So, wir dürfen jetzt hier alles genutzt werden. Und es sind doch Gegner hier. Und der ist... Der war sauber. Aber der hätte besser laufen können. Muss ich ehrlich sagen. Also der war jetzt schlecht von mir gespielt. Ich hätte weniger Schaden einkassieren können. Ah, ich glaube, ich habe zu offensiv gespielt. Okay. Jedenfalls haben wir den weggeholt. Dürfte auch so ziemlich der einzige gewesen sein, den ich jetzt hier mitbekommen habe. Und ich stresche wieder diesen Punkt nicht. Ich dürfte den Blut von hier unten abgekloppert haben. Okay. Also wie gesagt, ich bin nicht der beste Spieler, aber ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich jetzt genaueres noch darüber erzählen soll. Ich kann nicht mal Verbände benutzen, weil ich noch zu viel HP habe. Wir haben ja eine halbautomatische. Habe ich schon alles durchgeladen? Ja. Nehmen wir noch schnell das Holz mit. Ah, eine Armbrust wieder für Metall. Ich fahre noch etwas Metall, wenn wir eh einmal hier sind und keine Camper da sein sollen. Da haben wir sogar einen 50er Schüt. Und ich höre schon wieder Schüsse. Wahrscheinlich vom Berg oben. Könnte ich vielleicht auch noch von Augen oben in den Eis fallen. Das schmeckt mir ja richtig. Also im Haus ist auf jeden Fall keiner. Die Monster sind auch nicht fixiert, die eigentlich hier sind. Ich habe keine Lust, jetzt mit dem Monster angekippt zu werden. Aber ich weiß nicht, ob die Rage trotzdem reicht. Wir haben schon gewartet, bis ich hierher komme. Wir haben mich schon begrüßt, ne? Mit einem freundlichen Lächeln. Ich meine, die Monster begrüßen sich bei mir und dann geht die Liga-Kram Merkel. Die geht einfach weg. Das ist schon traurig. Schicksal, würde ich sagen. Hier ist keine Truhe. Das hätte ich eigentlich hören müssen. Wir haben hier unten noch einen 50er Schüttang. Oh mein Gott. Die sind ja überall hier. Den 50er Schüttang werde ich auch mitnehmen. Hey, chill. Geh weg hier, ey. Geh es mir ja schon wieder voll auf den Jach. Ey, was, wie kommst du hier rein? This kid's definitely on crack right now. Das ist schon wieder richtig belastend. Ey, da giehst du jetzt hier einfach nur alles wuten und dann greifen die so einer komischen, misshandelnden Mist gebohrten an und du bekommst eine ferngelengte Rakete. Ich nehme die erstmal mit, wenn ich Minis bekomme, dann lege ich die wieder weg. Aber ich will die nicht zurücklassen. Ich werde es nicht zu schade für den Raketenwerfer. Ist das nicht komisch? Zweimal Raketenwerfer bekommen? Oh mein Gott. Die schmeckt, aber die nehme ich nicht mit. Ich habe irgendwie gar kein Glück mehr mit, ja? Allgemein fehlt mir irgendwie das Glück in letzter Zeit. Da hinten passiert irgendwas. Genügend Mets habe ich auch erstmal gehört am Anfang. War das da hinten ein Gegner? Warte, warte, warte. Komm näher, komm näher, komm näher. Oh mein Gott, der war sauber. Der war sauber. Komm, 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 zeig dich, zeig dich. Jetzt platzier, platzier was, komm. Okay. Okay. Er will es sich nicht zeigen lassen, ne? Oh mein Gott, das tut weh. Die. Die. Oder ist noch einer? Ey, wenn der mir jetzt einen Kill nimmt, ey, der hat mir jetzt nicht den Kill genommen, oder? Hat der mir jetzt ernsthaft einen Kill geklaut? Ne, der holt mich. Der scheint ein Pro zu sein. 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 Ich meine mich zu erinnern, hier ein Medkit irgendwo liegen gelassen zu haben. War das doch nicht hier? Hey, ich war mir doch sicher hier ein Medkit. Ich bin... Ich bin... Entschuldigung, das macht. Und Medkit. oh mein gott also nicht das war zwei so nice shots und dann werden wir beide beziehungsweise der eine kür geklaut der andere lenkt mich dann vom eigentlichen ziel ab oh mein gott ich habe kaum noch märz auch märz oh mein gott hey wenn ich jetzt so viel töten holen die tie oh ich habe es nicht bekommen ich kann nicht zu tun also ich muss zu tun und in der zu tun ist einfach gar nichts das mir helfen könnte doch hier ist was zu tun viel lack ich habe was ich habe ich gerade lag ich gehe gerade gar nicht auf gegner weil ich habe ich mit allen seiten angekommen und das sogar noch nicht sogar mehr leicht als vorher da oben da oben noch ein schuss vor raketenwerfer es tut weh da oben sind noch Chess hier unten die Granatenwerfer und noch ein Medkit brauche ich aber alles nicht das einzige was ich gerade brauche sind einfach nur Med ach man nicht schon wieder ey ach man nicht schon wieder ey das war so dumm von mir ey aber ich habe einfach nicht auf meine Metzger achtet hätte ich mehr Metzger wäre das vielleicht besser gelaufen ey nein 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 ey sowas ist nicht gerade echt richtig das ist sowas echt das ist echt traurig ne Leute das ist einfach echt traurig von mir dass mir jetzt sowas passiert ist so ein richtig einfacher Fehler ne hätte ich mir echt gerade gar nicht zugetraut aber naja das sollte jetzt eigentlich schon für mein erstes Video erstmal reichen ich hoffe ich habe einiges erzählt gehabt dass jetzt halt regelmäßiger Videos kommen werden meine Videos werden immer in Full HD Auflösung also 1080 Pixel und in 60 FPS laufen vielleicht steige ich demnächst auch noch auf 120 FPS um werden wir dann schauen obwohl 60 einfach vollkommen ausreicht und jedenfalls hoffe ich das Video war etwas amüsant oder sonstiges und schreibt einfach in die Videobeschreibung ob ich den Fisch oder den Hasen echt getroffen habe oder keine Ahnung was ich meine da waren nice Shots dabei keine Ahnung aber ich habe einfach gerade richtig dumm gespielt weil ich gerade noch nicht wirklich hellwach bin oder sonstiges ich schiebe es jetzt einfach mal darauf und ja das nächste Video wird vielleicht dann schon in den nächsten Tagen kommen vielleicht schon morgen oder übermorgen und heute Abend vielleicht ein kleiner Livestream zu BO4 werden wir dann dementsprechend sehen ich hoffe es hat euch gefallen und ja eure Kacke ist echt am Dampfen nach dem Video keine Ahnung was ich dazu sagen soll und ja haut rein wer mich etten will kann versuchen mich zu etten wird jedoch glaube ich nicht so einfach sein für die meisten also ciao und abonniert und liked wenn euch dieses Video gefallen hat und tschüss ist für History